Hallo und einen wundervollen guten Morgen an alle. Ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast Heile Dich durch Liebe und Achtsamkeit. Dein Podcast zu einer besonderen Reise zu Dir selbst. Und ich bin Carmen Preuss, Dein Life Coach aus der Nähe Freiburg. Und Du glaubst nicht, wie sehr ich mich freue und bin auch total aufgeregt, heute meine erste Folge mit Dir zu erleben. Ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass ich immer wieder ermutigt werde, über Facebook, Instagram, ja, mal was ein bisschen von mir zu erzählen. Und so steige ich auch gleich in das heutige Thema ein. Und zwar, das heutige Thema wird sein Scham und Schamgefühl. Was ist ein normales Schamgefühl und was ist ein toxischer Scham? Genau das ist der Grund, warum ich sehr, sehr lange gezweifelt habe und meine inneren Kritiker sehr stark mit mir geredet haben, ob ich wirklich überhaupt in der Lage bin, auch berechtigt bin, eine Podcast-Folge zu drehen, zu kreieren, für Euch oder auch für mich zu gestalten. Denn all meine Gedanken und meine Gefühle hierzu waren sehr negativ, also mir gegenüber negativ. Ich hatte wirklich heftigste Diskussionen mit meinen inneren Stimmen, die immer wieder zu mir sagen, nee Carmen, also das ist ja so peinlich, was Du da machst. Also lass das mal lieber Menschen machen, die davon eine Ahnung haben. Oder eine Stimme war auch, hey Carmen, ganz ehrlich, warum musst Du das jetzt tun? Die Leute werden total enttäuscht von Dir sein. Was ist, wenn sie sich abwenden von Dir und Dich nicht mehr gut finden? Und ja, da sind wir wirklich voll im Thema drin. Ich bin schambehaftet, was mache ich da, kann ich zu dem stehen, was ich bin und wer ich bin, kann ich einstehen für mich? Und dann war ich ja am Wochenende in München auf einer wundervollen Body-Art-Reise wieder. Und das ist ja immer so eine Möglichkeit für mich auch nochmal so reinzuhören, über Meditationen, über die Zeit auch mit mir selbst. Was will ich und wer bin ich überhaupt? Und dann habe ich beschlossen, jetzt ist es soweit. Jetzt fasse ich den Entschluss und werde, wie auch mich, sehr, sehr viele Menschen immer wieder über Podcasts oder über persönliche Gespräche oder auch über Training, ich so wundervolle Menschen kennenlernen darf, die mich verändern. Und warum sollen wir allein durch die Welt gehen, wenn es doch zu zweit, zu dritt oder über eine Community viel, viel einfacher ist? Ich bin der Meinung, dass wir nur voneinander lernen. Es ist was Wundervolles, Menschen zu begegnen. Und sie müssen nicht mal persönlich vor einem sein, sondern über YouTube, über Facebook, über Instagram, wie auch immer, Menschen zu begegnen und ihre Geschichten anzuhören und sich vielleicht ein Stück weit mit ihrem Weg und meinem Weg zu identifizieren und zu sagen, hey, okay, ich kann da total nachvollziehen, wie es dir geht oder wie es dir ging. Ich habe das Ähnliche erlebt. Und so haben wir das Gefühl, wir sind nicht alleine auf der Welt. Ich finde, so alleine seine Probleme durchzuwälzen, muss nicht immer sein. Ich finde, manche Wege sehr wichtig, so wie ich auch meinen letzten, das letzte, sage ich mal, Jahr 2017 vor allen Dingen, mit mir alleine durchlebt habe in Form von meinen emotionalen Situationen, die ich wirklich nochmal komplett an meinem Muster herankam. und ich auch dann über dieses starke emotionale Tief, über diese katastrophalen letzten, ich sage es mal, zehn Monate mit mir selbst an ein wundervolles Thema kam, wo man leider sehr, sehr wenig im Internet erfährt. Und was für mich ein Thema ist, was diese Welle der Veränderung für mich am meisten angestoßen hat, das war das Thema Scham. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was Schamgefühl generell ist und was ein normaler Scham ist, der einfach zu unserem Leben dazugehört, was aber auch ein Scham ist, der sich im Laufe der Zeit, vor allen Dingen geprägt als Kinder, zu einem toxischen Scham entwickelt hat. Ja, der Unterschied zu einem normalen und toxischen Scham ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wenn du als Kind in einem sehr liebevollen Elternhaus zu Hause aufwächst und du Eltern hast, die einfach gesund in ihrer Seele sind, dann wirst du als Kind erfahren, dass du so, wie du bist, total gut bist und daraufhin du immer mehr wie so eine Pflanze wachsen darfst. Und ich sehe das immer so, dass mit der Geburt unserer Kinder oder meines eigenen Lebens eigentlich wir Menschen auf die Welt kommen mit einer wundervollen Wurzel. Wir sind, wir haben alles in uns, was wachsen kann und haben sozusagen die Basic mit unserer Geburt auf die Welt gebracht. Und im Laufe unserer Erziehung hätten wir die Möglichkeit, in den ganz verschiedenen Gefühlswelten wie Vertrauen, Selbstliebe, Scham, also den gesunden Scham und Selbstwertgefühl, also die ganzen wichtigen Tools, die wir brauchen und diese Handwerkszeuge, die wir brauchen, dass wir unser Leben gut leben können und zufrieden leben können und auf unsere Reise uns einlassen können. In manchen Familien verlieren wir das, das heißt, diese Wurzel verkümmert. Und wenn du jetzt normal aufwächst in einem total tollen Elternhaus und du erfährst als Kind die Welt zum ersten Mal, wenn du krabbelst und läufst, dann ist es so, dass das Kind jedes Mal, wenn es was Wundervolles erlebt hat, neu erlebt hat, zu seinen Eltern schaut, zu seinen Bezugspersonen schaut und sagt, hey, guck mal, was ich da gerade neu gelernt habe. Und die Eltern sagen, wow, toll, das ist total toll, was du da erlebst und wir finden das super, wie du das machst und das Kind wächst. Und die Wurzel kriegt einen neuen Halm. Und wenn es aber dann mal eine Situation gibt, wo die Eltern das Kind schützen müssen, das Kind geht wieder hin, krabbelt, läuft irgendwo hin und sagt, guck mal, ich habe wieder den Weg Richtung Straße geschafft. Das Kind weiß natürlich nicht, was es ist, was da auch für eine Gefahr ist. Und die Eltern sagen, hey, das finde ich total toll, aber wir müssen dich da rausholen. Stopp mal und das Kind erstarrt erst mal, weil es kriegt eine Begrenzung, vielleicht auch zum ersten Mal. Beobachte mal deine Kinder, wenn du sie, gerade wenn du junge Kinder hast, also wirklich in einem Alter von acht, neun, zehn Monaten, dass wenn es eine Begrenzung kriegt von dir, eine sanfte, liebevolle Begrenzung, aber eine klare, dass das Kind erst mal in so eine Art Schockstarre erstarrt, weil es eine Begrenzung kriegt in Form von, oh, das, was ich jetzt gerade mache, ist nicht gut. Die Mutter kommt und holt das Kind liebevoll von dieser Situation, erklärt ganz kurz und löst sozusagen diese Schockstarre als Scham wieder auf. Dann ist alles super. Das Kind hat wieder Freude daran, sich zu entwickeln und wieder weiterzugehen. Und mit diesem Schamgefühl entwickelt sich sozusagen, wenn es gesund wachsen darf, ein gesundes Selbstwert. Und jetzt gehen wir mal zu diesem Thema, was heute auch in der Podcast-Folge eine Information, eine Message an euch sein soll, darf, kann, dass es um diesen toxischen Scham geht, der auch bei mir sehr stark das Leben geprägt hat. Und toxischer Scham entsteht genau dann, wenn wir in Familien aufwachsen, wo dieses normale Schamgefühl von Kindern nicht mehr aufgehoben wird. Das heißt, wenn du in dieser Schockstarre bist, was falsch gemacht hast, in Form von, dass deine Eltern das als falsch sehen, du bist dir aber dessen nicht bewusst und du Ärger bekommst für was, was dir nicht klar ist, dass das nicht richtig war und du in dieser Schockstarre bleibst und dich die Eltern da nicht mehr rausholen. Und jedes Mal, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wieder in eine Situation kommst, du machst einen Fehler und du bist ja noch in dieser leichten Schockstarre von diesem anderen Schamgefühl gewesen. Es ist jetzt nur eine neue Situation, nur kann unser Gehirn das nicht wirklich filtern. Letztendlich, was bleibt, ist dieses Gefühl nur, ich habe wieder einen Fehler gemacht, weil deine Eltern dich wieder anmotzen und du bist wieder in diesem Schamgefühl stecken geblieben. Man hat es nicht aufgelöst. Und genau da sind wir bei diesem Thema, was ich heute gerne als eines für mich der wichtigsten Themen, als auch für mich die wichtigsten Themen, also eines der wichtigsten Themen, was mich sehr verändert hat und wo ich der Meinung bin, dass ich da als Kind ganz, ganz stark auch emotional verwahrlost war. Toxischer Scham ist, wenn du kontinuierlich als Kind kritisiert wurdest, für das, wer du bist, für das, was du machst und du dieses beschämende Gefühl, dieses zermürbende Gefühl bekommst, ich bin nicht richtig. Scham ist auch das einzigste Gefühl, was das Ich zerstört, also toxischer Scham. Du könntest dich dann noch so bemühen, du hättest keine Chance, du hast keine Chance, weil dich das in deiner Persönlichkeit sehr, sehr verändert. Was passiert, wenn du in diesem toxischen Scham lebst, wenn du bei Eltern aufwachst, die vielleicht auch, wie es bei mir war, ihren persönlichen Frust an Kindern auslassen und sie sozusagen als psychischen Mülleimer, nenne ich es jetzt mal, als emotionale Backpfeife benutzen, um ihren Erwachsenenfrust an Kindern, an dir, wie es auch mir ging, an mir ausgelebt wurde. Ich möchte mal ein bisschen zurückgehen. Letztendlich soll ja auch diese Podcast-Folge so sein, dass ich auch so ein bisschen von mir erzähle, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich so Geschichten über andere Menschen erfahre, dass die mich immer wieder sehr berühren und ich auch das Gefühl habe, wow, ich bin gar nicht alleine. Ich darf jemanden kennenlernen, dem es ähnlich ging wie mir. Und ja, wie ist es so schön, geteiltes Leid, ist halbes Leid, man hat jemanden, mit dem man sich austauschen kann. Und das ist so meine Hoffnung mit dieser Podcast-Folge, dass du dich so ein Stück weit auf dieser Reise wiederfindest und dadurch eine Veränderung in Gang gesetzt werden kann. Ja, ich bin aufgewachsen in einer, wie soll ich sagen, emotional sehr schwierigen Familiensituation. Mein Vater hat sich, als ich ganz frisch neun Jahre alt war, das Leben genommen. Und mit diesem Gehen von meinem Vater hat die Alkoholzucht, die schwere Alkoholzucht meiner Mutter angefangen. Meine Mutter war eigentlich mit dem Versterben von meinem Vater nicht mehr in der Lage, sich um uns zu kümmern. Das heißt, mein Bruder war drei Jahre jünger wie ich und wir waren eigentlich dann in so einem wirklichen starken emotionalen Gefängnis, auch wirklich emotionale Verwahrlosung, wo ich wirklich auch sagen muss, heute wären wir lieber, oder ich kann es nur für mir sagen, ich wäre lieber zu einer Pflegefamilie gegangen, um vielleicht noch so ein bisschen was zu retten, was man hätte können retten dortmals. Oder man hätte es können in einer Pflegefamilie nochmal anders gestalten, dass ich nicht in so eine emotionale Abhängigkeit reinkomme. Weil wenn eine Sucht vorhanden ist, bist du als Kind nicht mehr in der Lage, deine Kindheit zu leben. Und da meine Mutter natürlich in ihrer Trauer, aber dann natürlich auch in ihrer Alkoholzucht nicht mehr in der Lage war, normal ein Leben für uns zu kreieren, zu gestalten, indem es Sicherheit gibt, indem es Kontinuität gibt, indem es Zuverlässigkeit gibt, das war ja alles überhaupt nicht mehr gegeben. Ich war eigentlich nur noch da, um ihren persönlichen Frust abzubekommen. Also egal, und jetzt steigen wir in das Thema tiefer ein, egal was ich gemacht habe als Kind, ich hatte keine Chance. Also ich hatte keine Chance, dass sie mich als Mensch sieht, wer ich bin, dass ich geliebt werde, wie ich bin, dass ich gewertschätzt werde, wer ich bin. Das war alles überhaupt nicht mehr möglich. Sie war nicht in der Lage dazu. Sätze wie, du bist nicht gut genug, du regst mich auf, am liebsten würde dir einer in die Fresse schlagen, wenn du so weitermachst, stecke ich dich ins Kinderheim. Also es war auch viel, viel Angst. Es war nicht nur Scham, indem sie mich klein gehalten hat, indem sie mir meine Persönlichkeit genommen hat, sondern sie hat mir auch noch unheimlich viel Angst gemacht. Ich hatte wirklich, wirklich jahrelang Angst vor meiner Mutter, was mich in einen sehr großen emotionalen Rückzug mit mir gebracht hat, als Kind vor allen Dingen. Als Jugendliche habe ich mich da so ein bisschen dagegen gewehrt, aber als Kind war das nicht möglich. Und es war so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss einen Wahnsinnsschutz aufbauen, damit ich irgendwie noch emotional überleben kann. Und das ist das, was Scham macht, Scham, toxischer Scham. Wenn du kontinuierlich von deinen Elternteilen hörst, hey, du bist nicht gut, schau dich mal an. Wenn du anders wärst, wir hätten deutlich weniger Probleme. Mensch, Carmen, wenn du mal, keine Ahnung, dir mehr Mühe geben würdest, dann wäre die Welt eine bessere. Schau dich doch mal an, du bist so peinlich. Und das war nicht nur von meiner Mutter, sondern das waren auch letztendlich von meiner Familie immer wieder Sätze. Und wenn du von so vielen Bezugspersonen hörst, du bist echt scheiße, wie du bist, du bist einfach nicht okay, wie du bist. Ja, was habe ich denn als Kind für eine Chance? Ich kann das doch nur annehmen, das ist doch dann auch meine Welt. Daraufhin entwickle ich logischerweise Glaubenssätze. Das hat jeder von uns, Glaubenssätze. Das ist auch so wichtig. Das sind unsere Leitbahnen, unser Leitfaden für unser Leben. Nur es ist immer ein Unterschied, wenn ich negative Glaubenssätze mir gegenüber habe, dann gestalte ich logischerweise mein Leben auch so, dass ich Menschen an Land ziehe, vor allen Dingen auch, wenn ich in Bindung bin. Das ist immer ein großes Thema. Scham macht mit uns ja nur was, wenn wir in Beziehungsebene sind. Das heißt aber nicht nur Partnerschaft, sondern auch Freundschaft. Und ja, grundsätzlich ist ja ein Schamgefühl da, was mir, also toxischer Scham vor allen Dingen, der mir sagt, ich bin einfach nicht richtig, wie ich bin. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich was falsch mache, was ich wieder korrigieren kann. Nein, ich bin als Mensch falsch. Und das ist so ein schlimmes Gefühl, dass ich als Mensch nicht in Ordnung bin. Das ist einfach so, ich habe jetzt gerade so viele Situationen im Kopf, obwohl ich mich in meiner Kindheit kaum wirklich an Situationen erinnern kann. Wenn, dann sind es immer die gleichen. Und da sieht man ja schon, dass ich als Kind einen großen Schutzmechanismus aufgebaut habe. Wenn ich von meinen Kindern, wenn die mir als erzählen, dass sie mit drei Jahren noch wissen, wie der Kindergarten war, dann denke ich mir, wow, wie cool ist das denn? Ich kann mich nicht erinnern. Und ich glaube einfach, dass ich da einen ganz großen Schutzschild, eine Mauer aufgebaut habe, um da einfach nicht mehr zu fühlen. Beziehungsweise um jede Demütigung, die meine Mutter wirklich massiv ausgelebt hat, ich kann mich an keinen einzigen Tag erinnern, wo sie mich mal gelobt hat. Doch, doch, jetzt fällt mir eine Situation ein. Jetzt fällt mir eine ein. Ich habe meine Prüfung geschafft. Ich war lange in der Psychiatrie abgearbeitet dort, erst als Pflegehelferin. Habe dann mit 17 meinen Abschluss gemacht und dann hatte ich nochmal meine Krankenschwester-Ausbildung gemacht, etwas später. Und als ich mit 17 Jahren, da habe ich noch zu Hause gewohnt, meinen Abschluss geschafft habe, sagte meine Mutter, naja, das ist ja okay, dass du es geschafft hast, jetzt hast du wenigstens mehr Geld. Und ich will dir sagen, dass du zum ersten erst mal 500 D-Mark Miete und Wäsche und alles drum und dran zahlst. Das war so ein versteckter, also ich nenne es jetzt mal so, das war so eine versteckte Information. Es ist ja okay, dass du die Prüfung geschafft hast. Aber gleich, wieder eine Demütigung. Ja, ja, das war echt, war nicht schön. Meine Mutter, ja. Es geht nicht darum, meine Mutter jetzt schlecht zu machen, ja, oder meine Familie. Da bin ich völlig frei von. Es geht darum, vielleicht, ja, auch in deiner Geschichte so eine ähnliche Situation, wie ich sie erleben durfte. Also mittlerweile sage ich, weil ich durfte. Es war noch nicht so lange, dass ich, oder es ist noch nicht so lange her, dass ich so denke. Danke, dass es dir vielleicht genauso ging wie mir. Und dass du heute vielleicht in deinem Leben ähnliche Situationen hast, wo du einfach über dieses tiefe Gefühl von Scham, dessen du dir nicht bewusst bist, dein Leben einfach immer wieder schwierig gestaltet, dass man dir einfach vielleicht auch sehr oft ein schlechtes Gewissen machen kann für was, was du gar nicht gemacht hast. Nämlich, dass es das, was bei mir passiert ist, durch diese ständige Schuldgefühle, durch diese ständige Kritiken, die ich erfahren habe, durch diese ständige Demütigung und diese Angst, die daraus resultierte, dass ich musste ja nach Hause, ich musste ja zu Hause wohnen. Es blieb mir ja nichts anderes übrig bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das Erste, was ich gemacht habe, wo ich Geld verdient habe, ich bin aus, ich bin weg von zu Hause. Aber da ich ja meine Mutter wahnsinnig geliebt habe und ich immer in dieser inneren Hoffnung hatte, hey, vielleicht erkennt sie irgendwann mal, wer ich bin. Carmen, gib dir noch mehr Mühe. Carmen, arbeite noch mehr mit dir, in dir. Dann wird sie vielleicht auch irgendwann mal aufhören zu trinken. Und diese Glaubenssätze, also das heißt, aus diesem toxischen Scham, aus diesen Angstgefühlen, aus diesem, ich bin nichts wert, man hat mir sozusagen mein Ich genommen, habe ich mich entwickelt in dieser Form, dass ich als Kind eine Schutzmauer aufgebaut habe und eine Identität entwickelt habe, aber eine Persönlichkeit entwickelt habe, die, man nennt es Alternativpersönlichkeit, indem ich meine Mutter, meine Familie gescannt habe und habe dann überprüft, okay, wenn ich das und das mache, habe ich weniger Ärger. Aber wenn ich das und das mache, dann bekomme ich vielleicht irgendwann mal die Anerkennung oder Liebe. Es geht ja nur um Liebe bei Kindern. Also ich sehe mich noch als kleines Kind, wirklich mit diesen großen Augen. Damals war ich noch deutlich kleiner wie heute. Und sehe meine Mutter an und denke, hey, Mama, lieb mich endlich, weil ich liebe dich. Und ich habe dann eine Alternativpersönlichkeit entwickelt. Es war eine Überlebensstrategie für mich, das machen Kinder generell, alle machen das, dass wir einen Schutzmechanismus aufbauen oder über einen Schutzmechanismus eine Identität entwickeln, die nicht zu uns gehört, also die nicht unsere ist, die auch, so sind wir gar nicht. Und nur, um dem anderen mehr zu gefallen, um mehr Anerkennung zu bekommen, vor allen Dingen Liebe zu bekommen. Und es ist ja dann, entwickeln sich daraus den Glaubenssätzen, also mein Glaubenssatz war ganz stark geprägt, wie wenn ich anders wäre, wenn ich mir mehr Mühe geben würde, würde meine Mutter mich irgendwann mal lieben. Sie würde sehen, wer ich bin. Und das hat sich dann letztendlich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Also alle, die mich wirklich von früher noch kennen, ich war eine fürchterliche Durcheinander-Karoline. Wahnsinnig unzuverlässig. Einfach auch fehlgeplant, fehlorganisiert. Ich war ja früher Handballspielerin, also ich habe kontinuierlich was in der Kabine vergessen, weil ich in den Gedanken wieder woanders war. Also ich war einfach nicht in der Welt. Ich war immer irgendwie im inneren Stress, immer irgendwie auf der inneren Suche. Natürlich dessen mir überhaupt nicht bewusst. Ich wurde nicht ernst genommen, auch dann irgendwann von meinen Freunden nicht, obwohl die mich sehr mochten, aber ich war halt einfach, ja, ja, kamen halt. Und das hat mir weh gemacht, das habe ich gemerkt. Also das heißt, ich hatte dann nicht nur meine Familie, die sozusagen dann auch gegen mich war oder so ein Stück weit mich als schlecht sah, sondern natürlich dann auch meine Freunde, die mich sehr mochten, aber die halt einfach sagten, naja, kamen halt, naja, kamen halt. Und ja, so war mein Leben. Ich habe dann versucht, viel zu arbeiten. Ich habe meiner Mutter versucht zu beweisen, ich bin gut, indem ich in die Arbeit ging, indem ich in das Bemühen ging, indem ich das so entwickelt habe, dass ich immer mehr Leistung bringen wollte und ich dann so sagen konnte, hey, schau mal, Mama, ich war gerade putzen, ich habe Geld. Hey, schau mal, Mama, ich war gerade Hund ausführen, ich habe Geld. Hey, Mama, schau mal, ich war gerade babysitten. Sie dann nur, ja, und wo ist das Geld? Und ich sehe mich immer wie so ein Hund, der seinen Schwanz einzieht und der Angst vor seinem Herrchen hat. Und ja, letztendlich ging es mir wirklich so. Ich hatte wirklich große Angst, lange Zeit vor meiner Mutter. Und also das heißt auch, selbst wenn ich viel gearbeitet habe, als 19, 11, 12-Jährige, meine Mutter kontinuierlich mich einfach immer wieder kritisiert hat. Natürlich gab es auch Phasen, wo sie nicht getrunken hat. Da war sie ganz anders natürlich, aber loben konnte sie trotzdem nicht. Aber sie war auf jeden Fall nicht mehr so aggressiv. Letztendlich habe ich als Jugendliche dann versucht, unsere Familie so ein Stück weit zu ernähren. Also meine Mutter war ja nie in der Lage, wirklich für uns zu sorgen. Es waren ja immer irgendwie Schwierigkeiten, sowohl in der Wohnung, wir sind ja kontinuierlich umgezogen, wir waren so diese typischen Mietnomaden. Und ich musste als Kind immer, ja, das war mir so peinlich und so unangenehm, aber ich wollte zu meiner Mutter stehen, weil ich sie ja auch liebe, wie ab. Und ich ja das Ziel hatte als Kind, ich möchte, dass sie mich irgendwann sieht. Dass ich möchte, dass sie weiß, dass ich eigentlich gut bin. Das ist mir natürlich nicht gelungen, weil so eine Strategie nie aufgeht, weil wenn du so einen Glaubenssatz hast, der einfach über einen toxischen Scham sich entwickelt hat, stell dir nochmal vor, du kommst ja als wundervolle Wurzel auf die Welt, du hast einfach Lust zu reifen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Kind, Jugendliche, Erwachsene, dass wir dann oder im Erwachsenenalter dann einfach ein tolles Leben führen können. Und jedes Mal, wenn irgendwas wachsen wollte, das heißt über einen Glaubenssatz, so stelle ich mir das jetzt einfach vor, wollte eine Wurzel entstehen, auch wenn es falsch, wie soll ich das sagen, wenn es falsch gegossen war, also wenn es aus einem falschen Ansatz heraus entstanden ist, hat meine Mutter wie eine, wie soll ich sagen, wie durch ihre Aggressivität, durch ihre ständigen Mich-Kleinhalten, durch ihre extreme Dominanz, versucht diese Wurzel abzuschneiden, es ist ihr gelungen, also ich habe mich dann wieder kleiner gemacht, mein Glaubenssatz war dann, mach noch mehr Kamen. Und letztendlich war es dann so, dass ich mich über Arbeit komplett definiert habe. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich, wie viele andere auch, aber ich habe mich nie gespürt, also ich war einfach auch tot in dem Gefühl von, ich spüre mich, letztendlich habe ich nur eines gefühlt, über Arbeit habe ich mich gut gefühlt, über eine Leistung, anderen zu helfen, meiner Mutter zu helfen, habe ich mich gut gefühlt. Und habe mir natürlich da was total Falsches beigebracht, weil ich nie ich sein durfte und konnte, ich hatte also nie Möglichkeit, über mich nachzudenken, obwohl ich eines wirklich auch in mir trage, indem ich wirklich immer wieder mich überprüfe, als Kind auch schon gedacht habe, naja, kann das Leben sein, das ist irgendwie alles so komisch, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das der Grund ist, warum wir auf der Welt sind. Und letztendlich ist es so, dass ich dann jetzt, das letzte Dreivierteljahr, über Bindung mit Menschen, vor allen Dingen aber über Beziehungen nochmal ganz, ganz, ganz stark an meine Muster kam. Ich habe das Gefühl gehabt, ich durchlebe total meine Beziehung zu meiner Mutter nochmal durch und erlebe sie wirklich eins zu eins. Also alle Freunde, die jetzt da auch vielleicht zuhören, wissen genau, wie es mir letztes Jahr ging. Es ging mir echt nicht gut. Und ich weiß, dass ganz viele auch so ein bisschen Angst um mich hatten oder sich Sorgen gemacht haben, nicht Angst, aber Sorgen, weil ich mich vielleicht in eine Richtung entwickle, die nicht gut ist. Und dieser Prozess aber jetzt so wichtig für mich war, also auch vor allen Dingen zu, also ich habe mich wirklich auf diesem Weg letztes Jahr neu kennengelernt. Und das ist mein Wunsch in dieser Podcast-Folge, dass ich vielleicht, wie ich auch Hilfe bekommen habe, ich dir vielleicht auch deine Augen ein Stück weit öffnen darf und kann, dein Leben anzuschauen. Und als ich mich dann mit dem Schamgefühl beschäftigt habe, wurde mir so viel klar, dass mein ganzes Leben so extrem behaftet war durch dieses ständige Ich, oder ich habe mich im Gefängnis gehalten, weil ich mir nicht klar war, warum ich so und so reagiere in verschiedenen Situationen, vor allen Dingen, wenn Kritik kam. Und die Kritik in der Arbeit war nochmal was anderes. Ich habe dann auch oft mich zurückgezogen oder war in der Konfrontation oder war in der Resignation. Aber vor allen Dingen, wenn die Kritik in Beziehung kam. Und da ging es ja nicht darum, mach das Geschirr mal anders, sondern es geht darum, ich wurde als Mensch kritisiert. Und auch Menschen, die mich begleitet haben als Bekannte oder die mich einfach kennen, denen habe ich auch das Gefühl gegeben, sie dürfen sich in meinem Leben einmischen. Und daraufhin habe ich ja noch mehr Kritik bekommen, weil es ist doch logisch, wenn ich jemand anderem einen Einblick in mein Leben gebe. Es ist natürlich auch die Gefahr mit diesem Podcast, keine Frage, aber ich gehe jetzt mit einem anderen Gefühl damit um. Jetzt ist es mir egal, was andere von mir denken, weil ich einfach in mir angekommen bin und weil es für mich meine Wahrheit ist, wie ich mein Leben leben kann, ich zu 100 Prozent verantworten. Und ich verantworte das ganz gut für mich und meine Kinder zum Beispiel. Aber es geht ja jetzt hier nur um mich. Und dortmals war das so, weil ich einfach wie so ein Fehnlein im Wind war. Also ich war ja auch nicht authentisch. Ich wusste nicht, wer ich bin. Ich habe es einfach zugelassen, dass man mich kritisieren durfte. Ich bin auch nicht für mich eingestanden. Also ich hatte auch Angst, wenn ich sage, nee, das ist nicht so, für mich ist es nicht so, dass dann der andere jetzt schlecht von mir denkt, dass er denkt, oh Gott, die kamen. Die ist ja so überheblich. Die denkt ja echt, sie ist die Beste. Und so habe ich wirklich gedacht und habe mich dann noch mehr zurückgezogen und habe gedacht, okay, die wird ja wissen, wie ich bin, weil ich weiß es ja nicht. Und so habe ich mich wirklich in verschiedene Situationen gebracht, jetzt heute, gesehen, hätte ich gewusst, was Schamgefühl in mir ausgelöst hat, mein Ich nicht da war, hätte ich mir ganz, ganz viele Situationen in meinem Leben ersparen können, was mich wirklich unter Druck gesetzt hat. Und ich fand es zum Beispiel ganz arg schrecklich, wenn Menschen über einen lästern, auch über mich natürlich gelästert haben, was immer so ist, dass Menschen lästern, also die, die es müssen. Ich muss es Gott sei Dank nicht tun. Aber das habe ich wirklich mir wahnsinnig zu Herzen genommen. Ich habe wirklich so gelitten unter diesem Gefühl, dass andere mich kritisieren. Ich habe es nicht verstanden, wieso die so mit mir umgehen. Und es war wirklich ein Stich ins Herz. Und habe mich dann noch mehr versucht zu verteidigen. Und ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Und ich habe mich zu Unrecht kritisiert gefühlt. Und ich habe es nicht verstehen können, wieso Menschen so sind. Und weil ich vielleicht auch nie verstanden habe, wieso meine Mutter so ist zu mir. Also das heißt, letztendlich kommen wir immer wieder dorthin zurück, was wir als Kinder erlebt haben. Das hat natürlich jeder von uns unterschiedlich wahrgenommen. Aber wenn es um Schamgefühl geht, um toxischen Scham, die unsere Bezugspersonen in uns ausgelöst haben und wir uns daraufhin Glaubenssätze kreiert haben und oder eine Alternativpersönlichkeit als Überlebensstrategie, als Schutzmechanismus uns angeeignet haben, dann ist es so, dass deine Persönlichkeit weg ist. Und daraufhin können sich immer wieder Menschen in deren Leben einmischen. Und letztendlich ist es wie ein Kreislauf. Du bist ja kontinuierlich dich nur am Verteidigen. Weil es gäbe immer Gründe, jemanden zu kritisieren. Und da, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ja, ist es natürlich auch so, dass wir schneller in Kritik sind wie in der Liebe. Das fällt uns schwieriger, in der Liebe zu sein. Und das ist doch erschreckend. Es fällt uns einfacher, unsere Kinder wahrscheinlich, oder Kinder, nicht unsere Kinder, sondern die Kinder zu kritisieren, wie dass wir sie wirklich liebevoll behandeln. Also bei manchen ist es so. Und das ist einfach traurig. Und diese Podcast-Folge soll da so kreiert sein, dass du das Gefühl hast, Mensch, ja, mir ging es echt ähnlich. Und was kann ich jetzt tun, um, dass ich, wenn man das möchte, man hört ja immer nur so Podcast-Folgen, wenn man vielleicht einfach auch gerade in so einer Veränderung steckt und man einfach so einen Impuls von außen auch braucht, was ich einfach super finde, weil nur so habe ich mich verändern können, indem ich ganz, ganz viel gelesen habe, viel gehört habe, viel gefühlt habe vor allen Dingen. Immer mehr die Frage gestellt, okay, komm, wie geht es denn mit dem Schamgefühl? Was ist das? Und dann kam mir, oh Mann, hey, das hast du echt erlebt, und das ist Scham, okay. Und jetzt guck mal, wie dein ganzes Leben so geht. Wie ist es? Wo zieht sich das alles wie ein roter Faden durch? Natürlich in Beziehung, weil da werden wir nur oder am meisten getriggert in unseren Mustern. Das ist ganz, ganz, was ganz Tiefes, was da kommt. und eine tiefe Emotion, ja, und da sind unsere, da ist unsere Seele offen, unser Herz ist offen, ja, und natürlich in der Arbeit, bei Freunden, und, ja, die Glaubenssätze, das sind unsere Autobahnen, unsere Einstellungen, unsere Wegweiser, unsere Leitfahrten, wie wir unser Leben leben, oder wie wir unser Leben leben. Und ich habe entschieden, vor acht Jahren war das circa, neun Jahren, dass ich mein Leben glücklich leben möchte. Und ich wusste aber nicht, okay, glücklich, das hört sich irgendwie so einfach an, aber ich weiß jetzt, nach so langer Zeit, wie das ist, dass ich, ich möchte im Prinzip glücklich leben und zu diesem Glück gehört auch leider immer wieder Unglück oder das heißt leider eigentlich auch schönerweise Unglück, in Form von traurig sein, nachdenklich sein, nicht gut drauf sein, reflektieren, um dann wieder eine höhere Sphäre vielleicht zu erreichen, wie auch immer man das sieht. Und, ja, mir hat es sehr geholfen, dass ich mich reflektiert habe, den Zugang zu mir gefunden habe, mich total neu kennenlernen durfte, wirklich, ich wirklich sagen kann, dass ich ein neuer Mensch bin oder jetzt endlich der Mensch, und warum ich eigentlich mit dieser wundervollen Wurzel, wie ich auf die Welt kam, was meine Aufgabe eigentlich auch ist und ganz ehrlich, ich weiß, wie die Schattenseiten des Lebens sind, das wissen so viele von uns, jeder hat irgendwo sein Päckchen zu tragen, aber ich habe mich entschieden, vor neun Jahren glücklich zu sein und ich wusste nicht, wie das geht, weil man hat es mir nicht gelernt. und jetzt, heute, an diesem wundervollen Montag, mit meiner ersten Podcast-Folge, sitze ich wirklich hier und fühle mich total glücklich in mir und ich kann zum ersten Mal sagen, hey, ich liebe mich, ich liebe mich wirklich und mit all meinen Fehlern, ja, und wenn ich auch mal eine Rechnung später zahle, wenn ich auch mal vielleicht einen Termin vergesse, wenn ich auch mal vielleicht einen schlechten Tag habe und ich sage, oh Mann, echt Kinder, heute ist es echt ein bisschen schwierig, ich habe heute echt irgendwie keine Lust, es ist alles okay, wie es ist und schon alleine dadurch nimmt sich so viel Druck und ich habe entschieden, glücklich zu sein und ich habe entschieden, in meiner Herzchenwelt, in meiner glücklichen Welt zu leben und diese Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen, weil ich habe hier eine Möglichkeit, weder laufe ich durch mein Leben und ich glaube das, was meine Eltern mir kontinuierlich suggeriert haben, was man mir kontinuierlich nahe gebracht hat, dass ich nicht gut bin und ich lebe mein Leben so weiter und glaube diesen Glaubenssatz bis an mein Lebensende. Diese Möglichkeit habe ich, ist auch sicherlich der einfacher Weg in Form von nichts verändern, schwieriger in Form von, weil die Seele kontinuierlich leidet oder ich wähle einen Weg, der für mich einfach so ist, dass ich wunderwundervolle Menschen in meinem Leben haben möchte, die ich mir aussuche und wo ich entscheide, dass ich die in meinem Leben haben möchte, weil sie mir gut tun, weil sie ähnlich denken wie ich und weil sie einfach Lust haben, sich zu verändern und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann auch mal anstrengend sein, man liebt mich trotzdem und diese Entscheidung habe ich ganz bewusst getroffen und die tut mir so gut und das möchte ich dich echt ermutigen, dass gerade wenn du so aus einem Schamgefühl dein Leben ein bisschen schwierig gestaltest, du einfach merkst, du bist nicht glücklich und das kannst du nicht, wenn man dein Ich genommen hat und ich bin mir so, so, so sicher, dass das Schamgefühl eins der intensivsten, schmerzhaftesten und schrecklichsten Gefühle sind, wo wir Kinder einfach ausgeliefert sind und werden in Form von wir können ja nicht ausziehen von zu Hause, wir müssen das ja erleiden, und, aber du jetzt die Wahl hast, aus diesem Gefängnis auszuziehen und ich möchte dir gerne dabei helfen, in Form von schaue hin, wer du bist, gib dir die Möglichkeit, auch wenn das total neu für dich ist und auch vielleicht langweilig, weil du nichts damit anfangen kannst, aber versuche mal, wenn du jetzt dich entscheidest, zu sagen, okay, ich möchte da mal hingucken, geh mal heute Abend oder morgen früh oder wann auch immer du die Zeit hast, ganz mit dir alleine zu sein, wirklich, keiner dich stört, keine Musik vorhanden ist, keine Kinder im Haus rumrennen oder kein Mann oder keine Frau zu Hause ist, wenn ich nimm dir die Auszeit und geh raus in die Natur, es ist eh wundervoll rauszugehen, dort die Energie der Natur zu erleben, gebe dir die Zeit und fange die Welle an anzustoßen und nur alleine in dem, dass du in die Atmung gehst, dir ganz bewusst einen tiefen, tiefen Atemzug einhauchst, den du wie als ob du zum ersten Mal bewusst atmest. Das heißt einfach im Hier und Jetzt sein, in dir sein, zu spüren, wo die Atmung hingeht, was die Atmung mit uns macht. Mache das für dich, mindestens drei tiefe, bewusste Atemzüge, indem du kontinuierlich nur beobachtest, was passiert, wenn du atmest und diese Gedanken, die dann kommen werden, das ist alles, was wir uns angeeignet haben, um im Außen zu sein, um nicht zu gucken, was intern in uns ist, was aber ständig raus möchte. Die Gedanken nimmst du liebevoll an, aber du schickst sie auch liebevoll wieder weg und du nimmst nur die Aufmerksamkeit, deine eigene Aufmerksamkeit auf die Atmung und fühlst nur mal rein, wer du bist. Das ist noch ein bisschen langer Weg, ich weiß, aber es ist der Anfang, die erste Welle, stoße an, wer du bist, wo du hin möchtest. Bist du glücklich mit dem, was du machst? Bist du glücklich, wirklich glücklich in dir? Das heißt, kannst du dir total zu 100 Prozent vertrauen? Bist du in deinen Glaubenssätzen so geprägt, dass du dein Leben gut gestalten kannst? Aber ich gehe mal davon aus, dass alle, die sich verändern möchten, ja irgendein Thema mit sich tragen, wo sie eben nicht so im Reinen mit sich sind und das musst du und darfst du herausfinden. Genau das, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe entschieden von neun Jahren, dass ich glücklich sein möchte und ich habe das Glück als was, okay, wenn ich Glück fühle, dann ist alles gut. Nee, so ist es nicht. So einfach ist es leider nicht. Schon alleine, dass du in die Achtsamkeit gehst, wahrnimmst, was ist, kannst du überhaupt erst herausfinden, was für Themen dich in deiner Seele schmerzen. Du kannst hingucken, was dir weh macht. du kannst hingucken, wo und was dein Leid war und wo du dich selbst als Mensch nicht gesehen hast, weil jetzt bist du erwachsen und du brauchst deine Eltern nicht mehr dazu und jetzt ist es deine Aufgabe, so ein bisschen das zu reparieren, was man dir vielleicht als Kind auch angetan hat, als Jugendlicher auch angetan hat. ja, das ist nicht einfach. Ich hatte sehr, sehr, sehr oft eine Wut auf meine Mutter, sogar noch bis vor kurzem, bis ich auch Gott sei Dank diese Wut ablegen durfte und ich jetzt einfach dankbar bin für mein Leben, was sie mir geschenkt hat. Und das schaffst du, wie gesagt, nur, wenn du hinguckst und dir dann klar wärst, wie vertraust du? Wie vertraust du dir? Wie ist deine Liebe zu dir? Wie liebst du dich überhaupt? Oder bist du beim Mögen oder beim Akzeptieren? Wie ist das Gefühl, wenn du über Selbstliebe mit dir redest? Ist es dann eher wieder Scham in Form von halt, stopp, du brauchst dich nicht lieben. Du bist überhaupt nicht gut, so wie du bist. Also schau mal, was deine Gedanken dir sagen. Ich weiß nicht, ob das dir hilft. Mir hat es sehr geholfen. Bin auch wirklich glücklich darüber, dass ich Tagebuch schreibe, weil ich so einfach das, was ich fühle, auch so ein bisschen sortieren kann und das tut mir einfach so gut als Aufräumen in mir selbst und was ich immer wieder machen werde in Podcasts, was ich einfach wahnsinnig liebe, um demnächst kommt, die erste Meditation, auch über Podcast, der Weg über Atmung zu dir selbst zu finden, über eine Meditation. Und ich habe da lange, lange, lange Zeit gebraucht, dahin zu kommen, dass ich wirklich in der Ruhe mich selbst aushalte. Und das ist ein wundervolles Geschenk, was ich verstehen kann, dass es für den Anfang sehr, sehr schwierig ist. Aber ja, mal schauen, wo unsere Reise hingeht in diesem Podcast. Heile dich durch Liebe und Achtsamkeit. Ja, spüre, wer du bist. Lass es mal zu. Ich kann dir nur sagen, du bist ein ganz, ganz wundervoller Mensch. Du bist eine wundervolle Wurzel, du trägst alles in dir, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, ist ganz vieles verkümmert. Habe das Gefühl und die Freude vielleicht daran, das Ganze zum Leben zu erwecken. Ja, gestalte ein, oder habe die Lust dazu, einen schönen Garten zu gestalten mit wundervollen Blumen. Und ich möchte mich ganz, ganz arg bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange es ging. Aber wenn du ein Thema hast, was du gerne besprechen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gern was da lassen als Kommentar, wenn du das Gefühl hast, du würdest gern mehr über diese Podcast oder diese Möglichkeit, was ich dir anbieten kann, auch, dass ich so ein bisschen über mein Leben erzähle, meine Erfahrungen, meine Veränderungen erzähle. Besuche mich auf YouTube, setz mir ein Like, abonniere mich und ja, dann möchte ich mich nochmal bedanken und ich umarme dich herzlich und freundschaftlich und wünsche dir einen wunder, wunder, wundervollen Resttag. Ganz liebe Grüße an dich, Carmen. Vielen Dank. forever. Vielen Dank. Vielen Dank.